Musik Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Die Mitarbeiter der Stiftung Stadtmuseum und des Lette-Vereins haben wieder in ihren Archiven geforscht und herausgekommen, ist die Ausstellung Stadt der Frauen, Berlin Stadt der Frauen. Martina Weinland, Sie sind die Kuratorin der Ausstellung. Nun liegt der Titel erstmal nahe, dass man denken könnte, Berlin ist besonders frauenfreundlich oder sind die Frauen, die Sie hier vorstellen, eben so stark, dass sie es eben trotzdem geschafft haben? Also ich würde fast zu Ihrer letzteren Interpretation tendieren, denn Berlin ist, und das zeigt diese Ausstellung, die die letzten 150 Jahre ja betrachtet, ausgehend von der Gründung des Lette-Vereins 1866 bis heute, muss man sagen, ist Berlin in manchen Teilen sehr rückständig gewesen. Da war man in Leipzig deutlich früher und weiter als in Berlin und Preußen. Auf der anderen Seite ist es so, dass keine dieser 20 Frauen wirklich diese entscheidenden Jahre, diese Lebensinhalte hätte finden können in München oder Köln oder Frankfurt. Ich will den Städten nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, es braucht diese besondere Berliner Melange, dass man von außen kommen kann, ein No-Name ist, dass man hier dann reüssiert, dass man zum gefeierten Star wird wie Fritzi Massari oder aber zur prägenden Gestalt wie Clara von Simson oder aber aufbaut wie Luise Schröder, die in Altona geboren ist und erst nach 1933 überhaupt nach Berlin kommt oder aber die aus Breslau stammende erste Zoodirektorin Deutschlands, Katharina Heinroth. Frauen haben es hier nicht leichter als in anderen Städten, aber wenn sie sich bewegen, wenn sie etwas verändern wollen, initiieren wollen, dann sind sie in dieser Stadt richtig, weil diese Stadt ihnen dazu die Möglichkeiten gibt und das zeigen wir, glaube ich. Sie haben jetzt schon ein paar Namen genannt. Welche Frauen haben Sie ausgesucht? 20 sind es insgesamt. Warum diese 20? Ja, das ist übrigens enorm schwer gewesen, weil es, sag mal so, jeder zweite Berliner ist eine Frau. Das heißt, wir hätten eine Ausstellung über 1,5 Millionen Frauen machen können und jede von ihnen wäre uns herzlich willkommen gewesen und hätte es ganz bestimmt verdient. Aber ein Kriterium ist dieses 150-jährige Lette-Jubiläum gewesen. Das heißt, von den 20 Frauen sollten wenigstens ein Teil von ihnen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Lette-Verein stehen, entweder weil sie dort Schülerinnen waren oder weil sie dort Lehrerinnen und Direktorinnen gewesen sind. Und ein anderer Teil sollte auf jeden Fall illustrieren, in welchem Netzwerk der Lette-Verein tätig war, eingebunden war, praktisch was das gesellschaftliche Umfeld für die Ideen des Lette-Vereins gewesen ist. 1866 gründete Wilhelm Adolf Lette den Verein zur Förderung der Erwerbstätigkeit des weiblichen Geschlechts in Berlin-Schöneberg. 1872 übernahm seine Tochter Anna die Leitung. Ein Recht auf Arbeit gab es jedoch für Frauen noch nicht. Frauen wurden und werden auch leider heute immer noch in Korsetts eingezwängt. Und wir haben beispielhaft mal vier Korsettstäbe hier genannt. Das Recht auf Arbeit, das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Gleichberechtigung. Und diese Korsettstäbe sind teilweise auch erst sehr spät überwunden worden, nämlich im 20. Jahrhundert, deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie zum Beispiel 1967 wurde erst abgeschafft, dass der Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau unterzeichnen und genauso auch ohne Rücksprache mit ihr wieder kündigen konnte. Oder 1977. Das ist eigentlich so mein Lieblingsjahr, weil da wird das alte Eherecht beendet und durch das Partnerschaftsprinzip abgelöst. Und wenn ich abends nach Hause komme und mein Mann sagt, Schatz, was gibt es denn heute Abend zu essen? Dann kann ich sagen, Liebling, seit 1977 darfst du selber kochen. Das muss man nämlich auch mal so sehen. Mit diesen Widerständen hatten also diese Frauen alle zu kämpfen. Welche Gemeinsamkeiten gab es noch, vielleicht in der Persönlichkeit? Also es gab natürlich die Gemeinsamkeit, dass sie fast gleich zur gleichen Zeit geboren wurden, zur gleichen Zeit in Berlin aktiv gelebt haben und praktisch dann auch hier ihre Freundschaften begründet haben. Eine ganz besonders schöne Geschichte ist die zwischen der Künstlerin Charlotte Behrendt-Corinth, die mit dem wesentlich älteren, berühmten Maler Loves-Corinth verheiratet war, und mit der Schauspielerin und Sängerin Fritzi Massari. Beide haben ihren Höhepunkt hier in Berlin. Beide müssen nach 1933 ihrer jüdischen Herkunft wegen Deutschland und Berlin verlassen. Beide finden ab 1939 Exil in Amerika. Und Charlotte, die eigentlich zu ihrem Sohn Thomas nach New York ziehen will, entscheidet sich dann zu ihrer Freundin Fritzi Massari nach Kalifornien umzusiedeln, wo sie dann auch noch bleibt bis 1952. Also das heißt, die Freundschaften, die man in Berlin geknüpft hat in jungen Jahren, die überstehen sogar diese wirklich schlimmen Schicksalsschläge, diese Existenzbedrohungen, diese Vernichtung und den Wiederaufbau. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, war auch für die Frauen damals eine Herausforderung. So zum Beispiel für Charlotte Behrendt-Corinth oder Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz hat ja zwei Söhne gehabt. Käthe Kollwitz hatte aber den großen Vorteil, dass ihr Mann Karl ja als Mediziner im Prenzlauer Berg wirkte und tatsächlich ihr ermöglichte, indem es also eine Haushälterin gab und eine Zugehfrau gab und auch für die Kinderbetreuung da war, dass sie tatsächlich die Tageszeit, die er arbeitete, auch selber nutzen konnte. Also Käthe war keine Hausfrau, die gestopft hat oder geplättet oder gekocht hat, sondern die ließ dieses machen. Und deswegen konnte sie eben auch künstlerisch freitätig sein. Ja, Frau Weinert, jetzt haben Sie diese Ausstellung hier so in bestimmte Bereiche eingeteilt. Na ja, also 20 Frauen willkürlich aneinanderreihen, das hat sich herausgestellt bei den Recherchen, dass das eigentlich nicht so viel Sinn gibt, sondern es ist erstaunlich, auf welchen Gebieten Frauen aktiv dann geworden sind, sodass wir die Einteilungen haben, die politischen. Dann haben wir die Unternehmerischen. Klar ist eine Sängerin und Schauspielerin wie Fritzi Massari, die sich selbst ein Produkt zur Marke macht, auch zum Beispiel die Zigarettenmarke Massari. Fritzi Massari. Sie sang in Berlin der Vornazizeit Hauptrollen der großen Operetten und wird zum Publikumsliebling. Nicht die stimmgewaltigste Sängerin und eher etwas füllig, macht sie vermeintliche Handicaps durch Kässe-Ausstrahlung und spürbare Freude am Gesang wieder wett. Massari-Seen gehört für Berlin-Besucher zum Pflichtprogramm. Wofür sie wirbt, das wird zum Verkaufsschlager. Sogar eine Zigarettenmarke wird nach ihr benannt, bis der Naziterror sie ins Exil zwingt und den Starroom beendet. Und natürlich ist es auch unternehmerisch, wenn Elli Beinhorn abhebt. Elli Beinhorn. Während eines Vortrages begeistert sich die 21-jährige Hannoveranerin spontan für die Fliegerei. Sie zieht nach Berlin und erwirbt 1929 gegen den Willen ihrer Eltern den Sportpilotenschein. Durch abenteuerliche Langstreckenflüge wird sie in den Folgejahren berühmt. Dann haben wir aber natürlich auch die Innovativen. Das sind die Frauen, die gegen die Widerstände in Berlin und Preußen, denn erst 1908 wurden ja hier Frauen zum Studium zugelassen, studiert haben, promoviert haben, habilitiert haben, große Karrieren eigentlich vor sich hatten und dann aus den einen oder anderen Gründen davon abgeschnitten wurden, isoliert wurden. Und diese Innovativen, auch wie die Tänzerin Mary Wickman, haben wir natürlich sehr gerne hier in der Ausstellung vertreten. Daneben haben wir dann noch die Künstlerischen. Das ist das, wo Frauen vielleicht, obwohl sie zur Akademie der Künste erst 1915 zugelassen werden, ist es dennoch ein Bereich, wo Frauen vielleicht am ehesten erst einmal tätig werden konnten und eine Nische gefunden haben. Wobei man auch dazu sagen muss, das Studium der Kunstmalerei, Bildhauerei war ja nur sehr eingeschränkt, entweder bei der Kunstgewerbeschule möglich oder bei den privat geführten, von natürlich männlichen, arrivierten Künstlern, nämlich bei den sogenannten Malschulen für Weiber. So hieß es damals. Gehen Sie eigentlich hier in der Ausstellung auch auf die Gegenwart ein? Wie ist es heute, gerade auch nochmal zum Thema Letteverein zu kommen? Ja, wir begegnen hier in der Ausstellung immer wieder Stationen, die von den jetzigen beiden Schulklassen, Medien- und Grafikdesign des Lettevereins, konzipiert worden sind. Es gibt auch ein Quiz, das der Letteverein entwickelt hat, wo man hier zu den 20 Frauen Fragen gestellt bekommt und am Ende kann man punkten, also es wird gevotet. Und wir haben natürlich auch ganz oben im dritten OG, praktisch als Abschluss der Ausstellung, eine Möglichkeit über Twitter Kommentare zu machen und auch eine Fragebogenaktion, die wir dort oben durchführen. Was würden Sie verändern, wenn Sie regierender Bürgermeister von Berlin wären? Diese Ergebnisse werden am Ende dem gleichnamigen Verein Berlin statt der Frauen, das ist eine überparteiliche Initiative, die am Abgeordnetenhaus Berlins angesiedelt ist, werden die dann diesem Verein übergeben. Denn wir möchten natürlich, dass die aktuellen Anregungen dann auch weiter verfolgt werden und vielleicht auch zum Positiven der Frauen sich etwas verändert. Ja, und dann möchte ich natürlich auch noch ganz herzlich darauf hinweisen, dass wir einen kleinen Vorführraum oben zeigen, haben, in dem wir Filme zeigen, wo man die Protagonistin, die kann man ja in der Ausstellung selbst live erleben, aber dann eben in diesem kleinen Vorführraum nochmal intensiver. Und einer meiner Lieblingsbeiträge darin ist allerdings ein Lette-Werbefilm von 1952. Der hat den schönen Titel Beruf Doppelpunkt Hausfrau.